Salli, ja ja, so so gell, man wäre halt immer älter gell, und da fragen wir uns doch so langsam gell, wo ist bloß die City, ja, besonders, fällt einem das hier auf, wenn man einen trifft, den man schon lange nicht gesehen hat, ja, wissen wir, so ist mir es nämlich vor kurzem gegangen, da war ich nämlich mal bei einem Klassentreffen, ja, fast 40 Jahre hätten wir uns nämlich gesehen, ja, also ich komme da rie in den Saal da, gell, und alle meine alten Klassenkameraden sind schon versammelt, ja, selbstgut, hab ich gedacht, das sind ja alles alte Lied, ich bin wohl der Einzige, der sich groß nicht verändert hat, ja, also ich gehe da auf sie zu, gell, und, aber, keiner reagiert, gell, auf die gucken mich alle ganz komisch und verwundert an, ja, das sag ich zu denen, sag mal, kenn ich mich denn nicht mehr, ja, das sagt da einer, wo wurde sie denn hin, ja, zu euch, ja, ich war doch auch in eurer Klass, oder sind sie unterrichtet, fragt mich da einer, ja, das ist ja immer, das so kann es gehen, ja, naja, aber wie gesagt, gell, das sind jetzt keine Witze, so ne, gell, also, alle, und mach's gut, okay, so Vielen Dank.